Wenn du mir ein Apple Pie erreicht, ich muss ganz viele Äpfel kaufen. Da freue ich mich, das macht Spaß. Äpfel rösten ist immer eine gute Sache. Okay, wenn ich jetzt Game Over habe, muss ich das ganze Level nochmal von vorne spielen oder nur diesen Teil? Oh, gods. 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 Das war's für heute. Manchmal frage ich echt Wo sein Aiming liegt, Mann Oh, Jungen, äh Ey, fuck it, Alter Ich hasse dieses Spiel so krass Es ist halt nicht in Ordnung Oh mein fucking Gott, Junge Ich verlange echt nicht viel von dir Außer, dass du fucking springst, wenn ich auf den Knopf drücke Bro, come on Ich weiß nicht. Das war's für heute. Ha! Okay, okay, okay. Okay, okay. Alles ist cool, alles ist cool. Ich muss nur einen Ring haben, alles ist super. Alles ist okay. Okay. Okay, so, alles ist gut, alles ist super. Holy shit! Oh, verdammt, ey. Meine Hände sind Wasserfälle. Ich habe doch gesagt, das Spiel ist Horror. Das ist purer Horror. Einfach nur... Franziska! Danke für die... Danke für die 35 Euro! Oh, yes! War cool! Ich sage halt wirklich nichts und wenn ich was sage, ist es nur so... Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, du musst halt hoch konzentriert sein, um nicht einfach durch das Level zu glitschen oder von irgendwas getroffen zu werden, was du nicht siehst. Das ist halt echt... Das ist... Das ist... Das ist... Super anstrengend. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist alles anders. Ich verstehe. Das kann das auch gut machen sein. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Und das, insofern, sollte deine Zukunft ändern, auch. Danke, Silver. Ja, einfach sie zu retten. Ich weiß, wie zu retten unsere Welt nun. Wir müssen nicht die Vergangenheit verändern. Ich bin sicher. Also, hast du ein Plan? Well, dann, lass uns hurry. Ich fühle mich die Flamme. Ich komme, Iblis. The time has come, and so have I. Haben sie jetzt nochmal richtig nervige Level gemacht, jetzt hier? So richtig nervige Abschnitte zum Schluss? Sinken die nochmal, oder? Okay, schätze ich. Okay, schätze ich. Okay, du bist elektrisiert, aber ich kann dich nicht aufheben, weil... ist halt so, schätze ich. Get out of my way! The ground here is unstable with lava. It's wrong, but it's because it's me. We'll also do. A half-by-an-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! So richtig nervig. Ich habe einfach richtig Lust, mich zu betrinken. Ich habe richtig Bock, jetzt so einen total widerlichen Wodka Red Bull zu trinken oder so. Oder ja, so Wodka Energy, aber mit so richtig ranzig altem, nicht altem, aber ranzig billigem Energy. Irgendwie sowas freue ich jetzt. Das ist halt... Ja, nie. Neh! Warum schickt ihr mich ständig hier hin? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich muss eigentlich da hoch, oder? Ist das nicht irgendwie der Plan? Who knows? Maybe? Maybe? Oh, kann ich die nutzen? Ne, kann ich nicht. Ja, mich einfach fett angelogen, so. Oh mein Gott. Okay. 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 Das war's für heute. So ein Sekt, so ein Sekt wäre auch ganz cool. Muss nicht mal ein teurer sein. Ich bin gerade echt einfach zufriedenzustellen. Einfach so ein, so ein Zelebrierungssekt, wenn wir das hier geschafft haben. Einfach mal eine Flasche köpfen. Los geht's. Ich muss den Dude killen und er ist da hinten und ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Oder? Ist es das? Es ist das, ne? Er ist es. It's this guy. Right here. Kann ich mich durch die Tür glitschen? Holy shit. Was ist dein Deal, Junge? Warum bist du da hinten? Gleich klappt das hier. Oh, ich lasse mein Leben. Zumindest ist er jetzt irgendwie so, dass ich... Okay. Okay. ? Okay. 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 Das war's für heute. Well, I guess that's done. You're not going to get in my way, Iglis. You're not going to get in my way, Iglis. You're not going to get in my way, Iglis. You're not going to get in my way. Iglis. 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 Oder? Oh no Warum kann das nicht einfach zu Ende sein? Warum ist das so lang? Warum sind die so? Junge, warum sind... Warum? Warum endet es nicht einfach? Wer sagt, ja geil Lass uns jetzt noch dieses fette Scheiß-Level machen, man Und da sind halt wieder nur 1000 Gegner Und das ist alles das gleiche Und das ist alles so dumm Und ich hasse es Und es ist einfach nur furchtbar Oh Gott Warum kann er nicht einfach die Gegner treffen? Warum ist das so schwierig? Warum ist alles eine Anstrengung in diesem Spiel? Bro, come on Warum bist du nicht auf meiner Seite, man? Oh Gott Wir sind schon wieder seit fucking 80 Minuten In dieser Kacke hier Ich will einfach nur meine Ruhe haben Ich will einfach nur meine Ruhe haben 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 12 13 15 16 16 16 17 17 17 18 19 20 18 20 20 20 20 20 21 22 24 25 Das war's für heute. Oh, ich glaub's nicht. Ich weiß halt auch immer nicht, wo ich hin muss, weil dieses Spiel einfach ein beschissenes Pathing hat, Alter. Oh, Mann. Es ist unglaublich, wie schlecht es ist, so. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war's für heute. Okay, cool. Scheiß drauf, Alter. Scheiß drauf, Alter. Ey, das ist furchtbar, wie lang das ist. Die schicken mich legit durch sämtliche Areale, die du normalerweise mit Sonic und Shadow durchläufst. Halt alle. Oh, diese Dreckskamera. Oh, diese Kfarne. Hä? Why, Bro? Warum machst du das? Ohhhhhhhhhh Ist das die Power of the Monado? Ey, ich wär fast wieder runtergefallen, ne? Weil diese S-Kamera sich nicht steuern lässt, man, die ist einfach gelockt hier. Ich glaub, also es fühlt sich an, als wäre das jetzt das letzte Level tatsächlich. Weil das letzte Level nicht mehr wegbern. Ich bin ein hoher Schweig. Soll ich es richtig sehen, dass ich auch richtig bin. Wir sehen uns noch, Ich bin ein Schweig. Es gibt hoffentlich so viele Ich bin ein Schweig. Ich bin Tonine. Ich bin ein Schweig. Ich bin ein Schweig. Ich bin ein Schwaig. Das ist das Schweig. Ich bin ein Schweig. Oh Gott, Oh Gott, das klingt gut. Oder? Oder auch nicht. Warum endet es nicht? Oh mein Gott! Gib mir doch einfach das Ziel! Holy shit! Ich raste aus, Junge! Ey, ich raste aus. 19 Minuten, okay? Fuck off, Junge. Dein Level sollte keine 19 Minuten in einem Jump'n'Run dauern. Kein Jump'n'Run macht so viel Spaß, dass ich darin 19 Minuten verbringen möchte, wenn es einfach nur zum Ziel laufen ist. Und wir haben noch die finale Episode vor uns, Alter. Ich hab' gar keinen Bock drauf. Nee, die finale, das Ende der Story ist halt noch so eine Extra-Episode. Und nur Gott weiß, wie lang die leider ist. Sogsssss. Sogsssss. Sogsss. Nice. Nice. Wow. Um, das ist heimlich. Heimlich! Ich bin jetzt gesund. Er stellt sich einen Weg zum Beispiel. Der Schmelweck Reise in der Videobachtung. Sie müssen die nächsten Phase dann kostenlos und verraten. Was nicht alle? Aber was ich ist generell? Huh? Oh. Let's finish this! He's going to try to destroy the foot of my distance this time! Here it comes, Silver! Hätte ich das auffangen sollen? Nooo! Not now! If he gets him close, you'll have to do a lot of damage and push him back. If you can find an open and jump on his head, use the right trigger to use your psychokinesis on your feet. Warum schmeißt der zwei von den vier Steinen einfach random durch die Gegend? He looks like he's getting closer to his final form. You'll be in trouble if you let him get close. Try to keep him away from here. Let's get close. Let's go. 3 Ja, ist okay. Ich hab's verstanden. Meine Güte. Er versucht zu zerstören dieses Foothold. Silver, lass ihn auch dich zu holen. Jetzt, Silver. Please, lass uns das. Junge, bist du dumm oder so? Was soll das? Warum schmeißt du den einen einfach weg? So, was ist dein Damage, Junge? Hey, schon wieder. Was soll das? Warum schmeißt du davon einfach die Hälfte weg, Mann? Kein Wunder, dass wir den Kampf nicht schaffen. Okay, soll ich es jetzt abfangen? Okay, nice. Das war doch nice. Das lief doch ganz okay. Ich gehe jetzt abfangen. Hey! Hey! Just a little more. I will end this now! Holy shit! Oh my god! We did it! That was easy! That's easy! Seit 5 Stunden sitz ich da dran! 5! Chaos Emeralds! Lend me your power! Eternal sun! The living flame that has been entrusted to the royal family! I will fall into slumber with my soul, Iblis! You cursed flames of disaster! No! Why won't it accept me as the vessel? Blaze! I'll take Iblis! Don't worry. My soul is already alit with flames. I will be accepted. Come on, make it quick! Use your chaos control to stop time! Then seal us into a different dimension! No! I can't do that to you! Didn't we already go through this? We agreed to save the world at any price! I can't! I wouldn't know what to do without you! You? You fought alongside me to save the world! You're my friend! Right? You're still so naive. But... I... I've always liked that about you. Flames! Good luck, Silver! Damn! Das war tatsächlich cool! Tatsächlich muss ich sagen, das fand ich nice! Also, das... Die letzte Cutscene fand ich nice! Alles davor war furchtbar! Junge war das! Uiuiuiuiuiuiui! Wir sind noch nicht... Das ist noch nicht das Ende! Sekunde! Ich schau' wie lang das Ende ist! Unter normalen Umständen! Okay, das ist anscheinend weniger als eine Stunde! Das ist anscheinend echt kurz! Jetzt! Only you don't know if you'll be together! Only you know if we shall last! Hey, war das Translied! War gut! Wir spielen das hier durch! Ich werde nicht aufhören! Ich mach das jetzt! Wenn ich das nicht mache! Sterbe ich! Literally! I will just... Drop dead! So! Ich werde einfach umfallen! Warte mal! Was ist denn? Äh... Wir spielen einfach anstatt Control Zelda! Ja! Ist so easy! Ja! 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 Und wer weiß was... Zumindest er tut seinen Job gut! Ja! 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 Ich will einfach... Ich will einfach fertig werden hier! Keine Zeit für 30 Minuten Credits von diesem Spiel! Oh